Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben es gerade vor kurzem im Twitch-Stream gehabt, als ich schon lange kein Twitch-Past-Off aufgeladen habe. Ich bin dann am Abend mehr in der Bibliothek auf Twitch zu schauen, was für Clipsters entstanden sind. Und die kommen wir jetzt hier in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spass dabei. Hey, haben wir gesehen? Haben wir gesehen? Es ist zwischen Spoiler abgeflogen und einfach das Game Tag. Ach komm, wir nehmen es gerade mit. Ich hatte so einen guten Star, Mann. Also ich denke, du musst schon zweimal... also du musst schon recht viel Gas geben. Oh, jetzt, 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 jetzt! Ahaha! Yes! Ich denke, eigentlich kann sie One-Hit, aber... What?! Alter, die hat mir ein Hit gern, ich bin weg, sie! Geld! Wow, 133 Dollar hätte sie da... Kind machen. Sie will das nicht, weil sie... was? Sie will das nicht, weil sie schlechte Laune hat. Ja, das... Oh! Let's go! Wie? Wie? Ich bin weg! Ich bin weg... Ich bin weg! Ich bin weg! Für mich! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts! Alter! Da ist mein Junge! Hi, da ist mein Mann mit ihm Hi! Ja! Let's go, Alter! Das ist jetzt mein Winx! Sie sind mated, Alter! Let's go, Alter! Nice! Okay, he pushed me off the track. I think you have to leave a space. All the time you have to leave a space! Wo ist er denn hergeflogen? Wo ist er? Geil! F***ing Pain, Alter! Da ist wirklich der Pain! Was mache ich da? LOL! Was habe ich gedrückt? Was habe ich gedrückt für das? Was? Jetzt zeig ich euch, wie der Profi im First Try Silberholz! Ja! 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 Und er hat zwei Augen! WTF nicht einfach zwei! Also, in Ordnung hat er zwei Augen! aber ich *** Wir hatten in den letzten Tagen noch tägliche Anrufe wegen der Park-Situation Halten Sie mich auch mal vor? Verstand Alter... Oh mein Gott! Alter du... Alter du verdammte Wichser! Ich habe jetzt wirklich übern geschaut und ich dachte, wer klopft da am Schrank, Alter! Schon wieder geil? Nein... Ja... Du scheiss Kamikaze Alter Wo ist das Auto? Oioioioioio... Oioioioio... Alter... Oh my... Aua... What... Waaah... What... Heee... Heee what the fu... *** ist auch noch nie passiert Oh mein... Alter Schwede... Was ist passiert? Bist du in eure... What? Hä? Was? 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 Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ah, das geht wirklich? Ah, lol. Okay. Was? Jetzt bin ich verschockt. Das war schon ziemlich hart dort. Oi, 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 oi. Ah, warte, da habe ich noch so eine Meile. Das sollte mir eigentlich eine Feldration. Das sollte mir eigentlich viel Leben wieder geben. Oder auch gar nicht. Springen. Ja, ich kann das nicht kaputt machen. Was? Nein, da muss sie raus. Alter, sie sind mich verpestig. Nein! Round 1. Fight! Ich glaube, es soll sterben wir nicht. Ja. Danke für die Wund. Alter, guck mal, da ist ja. Super-Game. 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 Alter. WTF? Hä? Hahahaha! F***s only! Ich versuche, die gerne rein zu joinen, wenn es geht. Ah, jetzt gehts. Jetzt kommen wir rein. Aber wie... Wichtig einfach noch nicht parat machen. Bis zum nächsten Mal.